Der Universal-Druck-Zerstäuber ist für verschiedene Waschlösungs- und Reinigungsmittel geeignet und hat eine Füllmenge von 1000 ml. Die Flasche ist aus hochwertigem Polyethylen gefertigt und der Sprühkopf ist verstellbar, somit lässt sich das Sprühbild zwischen Strahl und Nebel einstellen. Der Ansaugschlauch ist mit einem Gewicht versehen, somit ist die Flasche auch für Überkopfarbeiten geeignet.